Fack AfD, das ist mein Statement zur AfD. Mein Statement zur AfD, ey. Ihr könnt, ihr könnt es, ihr könnt Leute belügen, aber ihr wisst, dass ihr lügt und traut einfach scheiße, jemanden zu belügen. Fertig, 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 Fertig. Entschuldigung. Hier ist gerade eine Demo gegen Nationalismus für Greenpeace, für SPD, für Grüne. Margarete Bause war gerade da. Fack Nazis. Von meinem Videoblog, ihr Gesicht zeigen gegen die AfD. Ey, Digo. Können wir uns zumindest sagen, dass dieses Goldene, wofür ist das Symbol? Ja, das Goldene. Ja. Weil so viele Menschen haben diese Folie. Du hast so einen schönen Schmuck. Ja. Wofür steht das? Ähm, der von den, ähm, Kammerspielen und auch von der Fläche an der Fläche an der Fläche an der Fläche. Und das heißt... ja, und wegen, ähh... äh... ähh... ähm... Und die Demo ist Gegenrechts-Hodikaten. Ja, ja, auf geht's. Ja, bei dem Bundespräsidenten, lieber Frank-Walter Steinmeier, du hast dein Amt verfehlt, weil du ad hoc dazu verpflichtet bist, wenn jemand antisemitische Äußerungen im Bundestag äußert, den Bundestag aufzulösen. Ich weiß nicht, wo du nicht lesen kannst. Ich weiß, dass Politik und Zeitgericht es hier früh. Also, ich meine, Peter, wie ist dein Vorname? Schoban. Schoban. Schoban ist ein Vorgang. Schoban ist eine Forderung, Bundestag auflösen, wegen der Rechtsnationalistik, oder? Nein, Menschen geht in Nicht-Mechte für legal, allnatürlich nachgewachsen, pflanzen und so tanzen. Wenn Menschen gewaltfrei zur Körperkreis der Seele, überall auf Augenhöhe, weg mit Glyphosat, Reserveantibiotika im Insel. Plastik, Bier und Wasser und Hydrat, alles nicht raus haben, machen Sie die Haltung. Ich meine letzte Frage, was bedeutet dieses Gold, viele Menschen haben diese Goldfolge, was ist das? Ist das gegen kosmische Strafnutzung, die Abschirmung von Menschen, von Menschen, die die Leute nicht hier konsisten haben? Rettungsdecke, Rettungsdecke, also eine direkte Basis, die schützt die Tatsache, das ist super. Und funktioniert es nicht in Österreich? Heute schon, alles klar. Auf jeden Fall, zusammenhalten, zusammenhalten und weiter dieses Gesicht der Toleranz und Demokratie zeigen, das ist gut. Weiter so, da werden wir sicher schon bald den Endsieg einfahren.